Dieser schicke, gut ausgestattete Ford Focus Active mit Automatikgetriebe könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann. Der Euro 6D Temp-Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg. Besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichten den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fokus schützt Sie rund um mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizmann-Fanscheite. Die Klimaanlage mit Polensilter, Softwarewohlbehandlung. Zum Radio gehört auch am Bluetooth-Freisprecher und ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Focus Active, Automatik und seiner umfangreichen Ausstattung, wenn Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängern. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie dann einfach Probe. Das Team von diesmal freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.